So können wir nicht weitermachen. Was sollen wir denn tun? Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Fühlt es sich im Kampf aber echt real an? Es ist der Nebel. Das sind nur Geräusche. Sag ich nichts. Was heißt hier? Da hat recht. Recht womit? Da ist ein neuer Weg raus. Es war also nichts. Kommt drauf an, würde ich sagen. Ach so. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Guardians of the Galaxy auf dem PC in der 35. Folge. Wir machen weiter, haben wir noch hier in der Höhle, hatten letzte Folge noch einen schönen Kampf und jetzt geht es erstmal wieder weiter. Viel Spaß. Ich weiß, warum wir das machen und Drax wird das später auch alles zu hören kriegen. Oh, ist das die, in der kleine Struppi eine Heldentat vollbringt? Schwer zu sagen. Ziemlich sicher, dass das wohl nicht passieren wird. Gerade du solltest bereit sein, anderen eine Chance zu geben, Gamora. Ja, schauen wir mal weiter. Die Höhle scheint entlos zu sein. Trollmann P. Ich wünsche, die Größe würde aufhören zu schmollen, der die Große und diesen Ort mit mir erkunden. So viele Ecken und Winkel wie die Frühstücksbrötchen, die wir früher hatten. Wir könnten wenigstens ein Padebästchen hier unten bekämpfen. Er muss dieses goldene Blut wieder ins Wein bringen. Sich die Beine vertreten, der Welt wieder zeigen, was Sache ist. Er ist seit diesem Vorfällen nicht mehr derselbe. Nur noch ein Schatten seiner selbst. Aber ich kann es ihm nicht verdenken, heftig sowas durchzumachen. Das Schlimmste hier ist diese verdammte allgegenwärtige Feuchtigkeit. Ja. Was ist los? Er sieht, was vor uns liegt. Und ich sehe, was hinter uns liegt. Oh, ein bisschen Wasser, ja. Auf keinen verflagten Fall. So nass sieht es gar nicht aus. Wäre so mittelnass. Ich gehe nicht durch einen verflagten Monsun. Vielleicht können wir irgendwie diese Pflanzen benutzen, um das Wasser umzuleiten. Wir sind ein Team, wir finden eine Lösung. Wollen wir uns wirklich hier von abhalten lassen, Drax zu retten? Unbedingt. Du rettest ihn, während ich ertrinke. Wie könnte hier unten überhaupt wachsen? Keine Ahnung, aber die großen Blätter könnten nützlich sein. Wie ein Wehr. Wehr was? Nein, das ist... Vergiss es. Gamora, klettern wir da rauf. Dann sehen wir uns das Problem an. Das Problem ist, dass Rocket sich zusammenreißen muss. Ja, viel Glück dabei. Zu Struppis Verteidigung muss man sagen, dass er schon in viel weniger Wasser ertrunken ist. Genau. Moment, was? Kommt dir das nicht absurd vor? Er hat ein Problem mit Wasser, was soll ich denn machen? Du sollst sein Anführer sein. Du kennst Rocket doch. Das ist eine echt große Bohnenranke. Ja. Aber noch was. Oh. Mantis, gibt es doch Realitäten, in denen wir Rockets einfach zurücklassen? Also, ich weiß nicht. Oh, nimm. Geht es auch weg. Inrede ich sie nicht. Alles will, wenn sie nicht zurück? Was würdet ihr nur ohne mich machen? Ja. Und er nur sollten wir ein eigenes Schießendes Ding kriegen. Ja. Dich kriege ich nicht weg. Ach so. Da ist noch deutlich mehr. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das jetzt langsam erreicht. Das denkst du Rocket? So schlimm finde ich ihn gar nicht. Übersetzung Rocket mag das nicht. Das ist ne unheimliche Höhle. Wir werden alle auf Dinge treffen, die wir nicht mögen. Stimmt, aber nicht so sehr wie Kleiner Struppi es nicht mag, Mast zu werden. Unterschätze niemals eine tief verwurzelte Angst, Harald. Vor allem dann nicht, wenn du die Ursache nicht kennst. Aha. Was macht eine so große Pflanze überhaupt so weit hier unten? Hm. Das ist sogar irgendwie erfrischend. Wie eine kurze Dusche. Was meinst du Rocket? Ich hab auch noch nie geduscht und ich fang jetzt nicht damit an. Aha, ich könnte jetzt hier sogar weiter gehen. Ist ja interessant. Was ist das jetzt hier? Hier. 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 Sir, es ist nicht sehr beruhigend. Du musst nur den Sprung schaffen. Nicht lustig! Warum lassen wir ihn nicht hier? Konzentrieren uns auf Drax Rechnung. Er wäre auf dem Rückblick immer noch hier. Und falls nicht... Ja, Nude würde da nie mitmachen. Ein Kopf, so! Bitte, findest du nicht, dass dein Ego schon aufgeblasen genug ist? Hm, ja. Stell dir mal nicht zu viel ein, du. Okay, was muss ich denn jetzt hier noch alles machen? Ich hab doch jetzt hier schon gefühlt alles gemacht. Alles in meiner Macht stehende. Getan! Oder hab ich hier unten noch was? Übersehen. Das ist doch jetzt nicht... Was ist das hier? Was ist das hier? Was habt ihr alle? Was? Ich hab dir gesagt, du sollst gehen, bevor wir das Schiff verlassen haben. Mehr ist hier doch nicht. Okay, ja. Irgendwas ist da mit diesen Dingern, aber... Loser Abschnitt kann mit genügend Kraft entfernt werden. Okay, nö. 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 Ich bin Moses. Sollen wir wissen, wer das ist? Wer das Meer geteilt hat? Oh, mit seinen Tentakeln, richtig? Was? Nein. Egal. Danke, Quill. Wirklich. Ich hätte schwören können, er hatte Tentakeln. Na, was sagst du Groth? Jetzt ist das ganze Team wieder vereint. Ich bin Groth? Absolut. Ein trockener Rocket ist ein glücklicher Rocket. Ach, jetzt bist du glücklich? Oh ja, du solltest mal die dunkleren Versionen von Struppi sehen. Oder vielleicht besser nicht. Du solltest sie auf keinen Fall sehen. Kommt dir dieser enge Korridor bekannt vor Mantis? Äh, Werbeanrufe, Alter. Lass mich in Ruhe. Oh, es wird noch schlimmer. Viel schlimmer. Leute. Wer ist das da? Bündnis ein trocken! Bündnis ein trocken! Alle in Ordnung? Ich würde Sterne sehen, wenn ich was sehen könnte. Ja, das ist nicht gut. Also, wegen der vielen Zukunft, in denen wir sterben. Ich bin Groth. Konnte er das etwa schon immer? Ich bin Groth. Er sagt, er prallt nicht gerne. Danke, Kumpel. Ich bin Groth. Nein, ich sag's Ihnen nicht. Oh, richtig. Die Sache, die du uns in der Dunkelheit erzählst, die ist wirklich wichtig. Nein, ist sie nicht. Sei still. Du bist unter Freunden, Rocket. Es ist nichts, okay? Nur, im Labor haben sie mit mir Tests in Wasserröhren gemacht. Und das war schlimm. Wirklich, wirklich schlimm. Reizentzugsexperimente auf Halbwelt. Davon hab ich gehört. Der Reizentzug war der reinste Urlaub im Vergleich zu den anderen Sachen. Und deshalb hast du es, nass zu werden. Flark! Ich hatte keine Ahnung. Mach keine große Sache draus. Ich bleib einfach lieber trocken. Das ist alles. Wehe lange müssen wir noch rumlaufen und uns die Schienbeine an Felsen aufschlagen. Betrachte das Ganze als Metapher. Du bist ein physischer Dunkelheit und das spiegelt den Geist des Wiesengrün wieder. Ich bin Groth. Wir können über Groths Weg zurückkehren und dann versuchen den Ausgang zu finden. Ich bin Groth. Groth sagt, ihr sollt in seiner Nähe bleiben. Dann könnt ihr zumindest was sehen. Hm. Ja gut. Aber wo soll ich jetzt hier long und loo? Hübsch. Mach mal halblang. Wenigstens scheint es dahinter heller zu sein. Und weniger nass. Ich bin dabei. Mantis, irgendwas Spezielles, nach dem wir Ausschau halten sollten? Ich versuche mich zu erinnern. Ich glaube, jetzt wird's irre. Jetzt wird's irre. An was willst du dich erinnern, wenn es in der Zukunft ist, Alter? Ja, dieser unheimliche Nebel schon wieder. Hm. Ja, wunderbar. Der nächste kam. Der ist immer hier. Immer. Bis er es nicht merkt. Was soll das denn? Psst. Nein. Moment, doch. Aber es sind nicht diese Flaknasen, sondern die gruseligen Augäpfel aus der Quarantänezone. Ich höre definitiv Hellraisers. Dann hörst du falsch. Es sind auch Apfeldinger. Ich weiß es nicht. No, no. Also, mir ist alles klar. Gamora hat recht. Wir wissen, dass Hellbinders Handlanger uns bis hierhin gefolgt sind. Was sagt man dazu? Hellraisers? Ich weiß doch, was ich gehört habe. Aber hätte man gegen die anderen dann gekämpft, wenn man das jetzt gesagt hätte? Tag des Hellbinders kann ich mal am Arsch, Alter. Wirklich. Es ist, als würde der Nebel mit uns spielen. Wenn ich richtig flasche rauskomme. Hey, seht mal. Der Nebel legt sich. Und es gibt jetzt einen Weg raus. Komisch. Als hätte dieser Ort einen eigenen Willen. Keinen Willen. Eine Macht. Okay. Macht. Können wir zurückgehen? Ich weiß nicht mal, wohin zurückführen würde. Wir gehen runter. Immer runter. Hat sonst noch jemand ein Déjà-vu? Hm. In diesem Nebel sieht alles gleich aus. Aber es klingt nicht gleich. Das sind diese Galer-Dinger von Sekna. Das erklärt Dickerchens Cousin. Nein, es ist das Novakor. Ich höre Stimmen. Wieso erkennst du den Unterschied zwischen Monstern und Personen nicht? Das ist es nicht. Wir hören ganz klar verschiedene Dinge. Ich höre nur Lärm. Es sind definitiv die Galers von Sekna. Ich höre, wie sie ihre Stacheln verschieben. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Ich habe recht. Hey, ich habe das aufrecht. Der Klapp ist aus dem Klapp. Haben wir Halluzinationen ausgeklappt? Ich glaube, wir haben doch gar nichts ausgeklappt. Der schaut einfach alles aus, wo wir gegen Anteil. Wird es bei dir langsam etwas klarer, Martin? Ich sehe nur einen Nebel. Höre Geräusche. Spüre Kampf. Ja, das fasst es ziemlich gut zusammen. Wenigstens scheint es einen Weg rauszugeben. Das ist jetzt immer wieder... Neu! Was ist das denn hier? Neu! Neu! Ständig! Okay, das sind jetzt die hüpfenden Augäpfel aus der Quarantänezone. Keine Frage! Ich mache da nicht mit. Etwa spielt mit uns. Ganz klar! Ich bin gut! Shitori? Okay, das ist einfach nur falsch. Du bist schlimmer als sie! Ich bin nur... Diese übergroßen Eindrücke... Gibt mir die Augäpfel, komm! Du hast Moos in den Ohren. Ich sage es ungern. Ich meine, ich sage es wirklich ungern. Aber das klingt wie diese glitschigen Augäpfel-Dinger. Sehr geil. Oh. 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 Oder kreisförmig. Der Nebel ruft und wir antworten. Ja, aber... Was kann ich denn jetzt anders machen? Wir übersehen etwas. Ein vernebeltes Geheimnis. Ein Geheimnis mit Kämpfen. Drex würde es lieben. Ja, aber was kann ich jetzt anders machen? Guck mal, hier ist ja nichts mehr. Ich komme immer in die gleiche Höhle. Was kann ich denn anders machen? Oh, komm, das Rasiermesser. Wie macht er das? Nicht er. Wir. Das ist nicht richtig. Es kann nicht real sein. Fühlt es sich im Kampf aber echt real an? Es ist der Nebel. Das sind nur Geräusche. Und es ist reiner Zufall, dass sie klingen wie die ganzen verflagten Mistbeutel, die uns in letzter Zeit umbringen wollten? Ich höre definitiv weitere Hellbänder schärken. Ja, aber... Ja, aber... Ja... Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht den Plan... Was ich da jetzt anders machen soll. Was ich da jetzt? So. Wag ich nichts. Da ist ein neuer Weg raus! Es war also nichts? Kommt drauf an, würde ich sagen. Das hat etwas mit dem seltsamen Nebel zu tun. Immer wenn du einen Feind beim Namen nennst, kann der Nebel diesen Feind erscheinen lassen. Dann war der Trick die ganze Zeit den Mund zu halten? Als ob das bei uns jemals passieren würde. Ich habe zahllose Versionen von uns gesehen, die alles mögliche bekämpft haben. Aber die Quelle, sie ist noch nicht fertig mit uns Wächter. Naja, dann halten wir eben die Augen offen und den Mund ab sofort geschlossen. Die Nebelwesenheit hat sich für den Moment zurückgezogen. Es besteht gerade keine Gefahr. Nichts für ungut, Käferlady, aber nichts, was du sagst, ist noch von Bedeutung. Dann ist der Nebel jetzt also eine Wesenheit? Ja! So ungefähr. Sehr nicht frustriert, kleiner Struppi. Wir sind alle noch am Leben. Das ist super selten. Also, wenn ein Nebelmonster uns töten will, bedeutet das doch, dass wir uns dem Ziel nähern. Was auch immer es sein mag. Das klingt nicht unlogisch. Und, wenn dieses Nebelmonster böse Dinge erscheinen lassen kann, funktioniert vielleicht auch das Gegenteil. Wenn wir alle sagen, Heilung für Drax, passiert genau das, von der wir die ganze Zeit suchen. Schön wär's, Star-Typ. Aber nein. Endlich gibt sie mal eine klare Antwort. Star-Typ, Alter. Es fällt dir so schwer, den Namen richtig auszusprechen. Weiter runter. Nur wenn du Drax retten willst. Und die gesamte Galaktik. Komm auf dich zurück. Äh. Ah. Achso. Naja, dann. Für ein Extra tut man doch auch ein bisschen was. Schwer zu sagen, was als nächstes passiert, Sir Groot. Ich weiß nur, wenn es uns gelingt, dem fiesen Grün zu helfen, haben wir eine Chance. Okay. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Schon okay. Oh. Hieran erinnere ich mich gar nicht. Okay, okay. Hört mal, ähm, Leute. Ähm, ich weiß wirklich zu schätzen, was ihr alle für mich getan habt mit dem Wasser und so. Ähm, aber der Käfer-Lady noch weiter zu folgen, er ist eindeutig bescheuert. Rocket. Nein. Nebelmonster? Höhlenschweine? Nasse Wasserfälle? Theoretisch sind Wasserfälle... Ist sie da, 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 nein, Quill. Sie hat keinen Schimmer, wo wir sind. Und auch nicht, wo wir hingehen. Und erst recht nicht, was wir suchen. Mantis, ist es warm oder kalt? Raumtemperatur. Okay, okay. Das ist verrückt. Sie ist wahrscheinlich verrückt. Aber um sie geht's nicht. Es geht um uns. Und ich bin super stolz auf uns. Weil wir noch nie für etwas so weit gegangen sind. Oh, das ist die, wo du alle inspirierst. Wer waren wir denn, als wir angefangen haben? Ähm, du warst ein Schmalspur-Pirat, der Null auf die Reihe gebracht hat. Genau, und du ein Schmalspur-Kopfgärt-Jäger. Genauso pleite und runtergekommen und zu egoistisch wie ich. Immer auf der Jagd nach Kohle, einer Bar oder irgendeiner Bank, die zu knacken war. Manches würde ich auch jetzt nicht ablehnen. Ich auch nicht. Aber wegen nichts davon sind wir jetzt hier. Oder? Uns geht's ganz allein darum, Drax zu retten. Und nicht Drax, den Zerstörer oder Drax, den gestörten Gangster. Sondern Drax, unseren Freund. Und Gamora. Du hast Leute bis ans Ende der Galaxie gejagt, um ihnen wehzutun. Oder Rache zu nehmen. Und das wahrscheinlich auf grausamere Art, als man sich vorstellen mag. Fühlt sich das dagegen nicht irgendwie gut an? Jemandem zu helfen, an dem dir was liegt? Für mich fühlt sich geil an. Und Groot. Ich bin gut. Er meint, du musst jetzt nicht... Doch, eben doch. Wir alle müssen uns von dir eine Scheibe abschneiden. Du moserst nie rum. Und wenn doch, dann krieg ich's nicht mit. Aber ich bin ziemlich sicher, dass du's nicht machst. Du bist immer für uns da. Und genau darum geht es. Um uns. Als Team zusammenzuwachsen und einer bekloppten Lady in eine Todeshülle zu folgen, weil einer von uns Hilfe braucht. Denn wir sind ein Team, eine Familie. Wir sind die verflagten Wächter der Galaxie. Yay! Starker Monolog, Quill. Warum hat nicht jemand aufgehalten? Äh, äh, äh. Es war wirklich eine deiner besseren Angstbrachten. Okay, perfekt. Gegen uns selber jetzt zu kämpfen? Ich lasse mich nicht von mir selber verprügeln. Oh, ich denke jetzt wieder die Schatten aufbauen. Geht alles vor, Quill. Schön mal wieder in den aktiven Drax zu sehen. Hinter die Statue, Star-Typ. Das Böde muss von ihnen heraus gestoppt werden. Superstar, Cheapers? Ja, ja, ja. Irgendwas mit der Statur. Diese Betulder werden immer wieder kommen. Das ist dieser verdammte Nebel. Kleine Strohfis, jetzt ist der Zeitpunkt für Explosion. Wenn du willst, dass ich was hochjage, dann gib mir den Zugangspunkt. Okay, die Dinger bringt nichts. Guck mal, wenn du die Statur von innen herausspringst. Die Öffnung ist voller Wasserquill. Wir sollten irgendeinen anderen Zugang. Was jetzt, Peter? Eure Schatten, ich werde nie aufhören. Der muss sterben, bis ihr die Quelle tötet. Riesige Gesicht, Peter. Ich bin gut. Ich weiß, aber ich weiß nicht wie. Und außerdem ist die Folge vorbei, Freunde. Ja, da komme ich rein. Finde einen Weg, die Statur zu zerstören. Okay, dann jagen wir das Ding mal in die Luft. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch abwehren kann, Peter. Piss mich, Peter. So, wie war das? Hat's geklappt? Das hat sich so angefühlt. Warum kämpfen wir denn noch gegen Sie? Und Sie? Die Quelle ist zur Hälfte zerstört. Kleiner Struppi muss es zu Ende bringen. Na, Flak. Ich war wohl nicht tief genug drin. So, nenne meinen Zugangspunkt, Quill. Ja. Ach. Können wir ihn nicht dazu bringen, dass er etwas Freundliches erschafft? Er würde nur die böse Version davon bringen. Sag mal, hallo. Ich steck hier fest. Mein Gott, ich komme ja hier nicht raus. Ey, so macht es wieder keinen Bock. Keinen Bock, Alter. Wirklich nicht. Hier speichere ich. Und dann geht es in die nächste Folge weiter. Danke für's Zuschauen. Tschüss, Ute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.